Liebe Tante Lucy, ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir kommen nach Peru! Greif nur zu. Tante Lucy! Ich fürchte, sie ist zu einer Art Mission aufgebrochen. Aber sie wusste doch, dass wir kommen. Das ist ja das Mysteriöse. Wo steckst du, Tante Lucy? Finde heraus, wonach sie gesucht hat und womöglich findest du auch sie. Verzeihung, Sir. Kann man dieses Boot mieten? Kapitän Hunter Covert, zu Ihren Diensten. Eure Karte ist der Schlüssel auf der Suche nach Eldorado. Sie meinen... ...mhm... ...gute Pommes? Er meint die mystische versunkene Stadt. Oh. Die goldene Stadt. Falls Eldorado existiert, warum hat es noch niemand gefunden? Weil der Legende nach... ...der Bär... ...den Weg weisen wird. Ach so. Und welcher Bär soll das sein? Äh... 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 Täusch ich mich, oder wird es gerade leicht wackelig? Äh... Äh... Es gibt einen kleinen Notfall. Herrin, was machst du denn da? Wie mir scheint, steuere ich das Boot. Äh... Äh... Tante Lucy hat mich gefunden, als ich ein Kind war. Äh... 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 Wenn es irgendjemand schafft, dann du, kleiner Bär. Da war aber jemand eine fleißige Nonne. Ah... Hm... Oh... 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 Aus dem Weg! Tante Lucy hat immer gesagt, ist der Himmel auch noch so grau? Hab Hoffnung. Und Vertrau. Ich komme, Tante Lucy! Ah! Ah, und nicht vergessen, niemals diese Pflanze anfassen. Wie heißt sie? Die Piksige Rote. Ich bitte um Verzeihung. Ich bitte um Verzeihung.